Der Kaffee-Gigant Starbucks – eine Konzerngeschichte Mit mehr als 30.000 Filialen, die über den gesamten Globus verteilt sind, entwickelte sich Starbucks von einem Kaffee-Bohnen-Shop in Seattle zur größten Kaffeekette der Welt. Copyright-Warenzeichen bereitgestellt von Finanzen.net Ralf Orloski Getty Images Anfänger als Einzelhändler für Kaffee-Bohnen Loth-Error Howard Schulz als Revolutionär des Geschäftsmodells Rund zwei Drittel aller in US-Kaffees verkauften Kaffee-Getränke stammen aus dem Hause Starbucks. Die mittlerweile mehr als 45 Jahre andauernde Entwicklung von Starbucks ist eng mit dem Namen Howard Schulz verbunden, der das Potenzial espresso-basierter Getränke wie Cappuccino oder Latte Macchiato in den USA erkannte. Kaffee-Bohnen statt Kaffee-Getränke Als in den frühen 1970er Jahren die drei Studienfreunde Jerry Baldwin, Gordon Boker und CV Siegel in Seattle das Unternehmen Starbucks gründeten und in das Kaffee-Geschäft einstiegen, sah die Kaffee-Kultur einer Beschreibung von CNBC zufolge in den USA noch etwas anders aus als heute. Außerhalb von zu Hause wurde demnach kaum Kaffee getrunken. Selbst Bedienungscafés, wie wir sie heute kennen, waren wenig bis gar nicht vertreten. Ebenso wenig gab es eine wirklich existente Nachfrage nach Getränken auf Espresso-Basis. Cappuccino oder Latte Macchiato waren den meisten Menschen in den USA keine bekannten Begrifflichkeiten. Die Mission von Starbucks war es anfangs nicht, hier für einen großen gesellschaftlichen Umschwung zu sorgen. Der Fokus von Starbucks zu dieser Zeit lag vielmehr darauf, qualitativ hochwertige Kaffeebohnen an Konsumenten zu verkaufen, die sonst nur Instant- oder Dosenkaffee gewohnt waren. In der ersten Starbucks-Filiale wurden im Jahr 1971 lediglich geröstete Kaffeebohnen verkauft. Innerhalb der ersten zehn Jahre wurden insgesamt fünf Starbucks-Filialen in Seattle eröffnet. Von frischem, heißgebrühtem Kaffee oder Cappuccino war bis dato allerdings keine Spur zu sehen. Doch die zukünftige Ausrichtung und die Philosophie des Unternehmens änderten sich mit einer gravierenden Personalentscheidung im Jahr 1982, die den Weg für die heutige Erfolgsgeschichte ebnete. Howard Schulz macht Kaffee-Starbucks zu Kaffee-Starbucks 1982 kam Howard Schulz als Marketingchef zu Starbucks. Als dieser 1983 zu einer internationalen Haushaltswarenmesse nach Mailand geschickt wurde, kam ihm eine Idee, die das bisherige Geschäftsmodell von Starbucks völlig auf den Kopf stellte. Er zeigte sich sehr beeindruckt von der Kaffeekultur Italiens und wollte dasselbe bei Starbucks implementieren. Statt Kaffeebohnen sollten von nun an frisch gebrühte Latte Macchiatos und Cappuccinos über die Ladentheke gehen. Getränke, die bis dahin in den USA noch völlig unbekannt waren. Baldwin und Boker, sie geschieht bereits 1980 aus dem Unternehmen aus, ließen sich jedoch nicht überzeugen. Sie beharrten auf ihrem bisherigen Geschäftsmodell, Starbucks sollte kein Kaffee werden. Doch Schulz war zu angetan von seiner Geschäftsidee und verließ 1985 Starbucks, um seine eigene Kaffeekette Il Gionale zu gründen, die ein voller Erfolg wurde. Schnell hielten Kaffees seiner Kette in vielen Städten Einzug. Er zögerte nicht lange, als sich Baldwin und Boker im März 1987 dazu entschieden, Starbucks zu verkaufen und übernahm das Unternehmen und dessen 17 Standorte. Von nun an führte er sämtliche Aktivitäten unter der Marke Starbucks, richtete das Geschäftsmodell neu aus und bot neben frischen, heißgebrühten Kaffeespezialitäten nach wie vor die unternehmenseigenen Kaffeebohnen und etwaiges Kaffee-Equipment in den Filialen zum Verkauf an. Wie ein Bericht von Business Insider offenbart, musste nach der Eröffnung der ersten Starbucks-Filiale in New York die New York Times ihren Lesern erst erklären, was überhaupt ein Latte ist und wie es ausgesprochen wird. Die Marketingmaschinerie Starbucks Der amerikanische Geschichtsprofessor Brian Simon beschreibt das Marketingkonzept gegenüber Arte wie folgt, Starbucks hat von Anfang an ausdrücklich eine vermögende Kundschaft anvisiert, größtenteils weiß und wohlhabend. Sobald man diese überzeugt hat, kommen andere nach. Schon bald bestand die Hauptkundschaft nicht aus den wirklich Reichen, sondern aus denen, die dazugehören wollten. Mit dem Starbucks-Becher konnten sie zeigen, ich kann mir das auch leisten. Starbucks verkaufe in den markanten Starbucks-Bechern nicht nur Kaffee für einen verhältnismäßig hohen Preis, sondern vermittle dabei auch eine Form der sozialen Anerkennung. Zudem gehe es in der Marketingstrategie von Starbucks vor allem um die persönliche Bindung des Kunden zur Marke, Nummer 26, Ihr Getränk ist fertig. Solche Ansagen sollen vermieden werden. Der Kunde soll sich persönlich angesprochen fühlen. Deswegen heißt es bei Starbucks, Luke, dein Getränk ist fertig. Hol es dir, so Brian Simon bei Arte. Der von Howard Schulz aufgestellte Leitsatz der Starbucks-Philosophie unterstreicht, dass der Mensch in den Vordergrund gestellt werden soll. Starbucks ist nicht im Kaffeegeschäft und bedient Menschen. Starbucks ist im Menschengeschäft und serviert Kaffee. Markenkern soll dabei laut Gastronext immer derselbe bleiben. Guter Kaffee und ein Ort zum Entspannen. Börsengang 1992 Das Konzept funktionierte, die Zahl der Starbucks-Filialen wuchs in der Folgezeit rapide an. Jahr für Jahr kam eine Vielzahl neuer Filialen zum bestehenden Filialnetz hinzu. Am 26. Juni 1992 ging das Unternehmen an die Börse zu einem Einstandspreis von 17 US-Dollar je Aktie. Zu diesem Zeitpunkt zählte Starbucks noch 165 Filialen. Bereits 1999 wurde bei den Läden die 2.000-Marke überschritten. Das immer größer werdende Filialnetz und die rapide Expansion wirkten sich ebenso positiv auf das Wachstum des Aktienkurses zu dieser Zeit aus. Bis heute wurden insgesamt sechs Aktiensplitz, stets im Verhältnis 1 zu 2, unternommen, um die Starbucks-Aktie optisch günstig zu halten. Im Zuge der Covid-19-Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown im März 2020 brach der Aktienkurs von Starbucks zeitweise aber ein. Viele Starbucks-Filialen mussten geschlossen bleiben und konnten erst nach und nach wieder öffnen, woraufhin sich der Aktienkurs im Laufe der Folgemonate wieder auf vorheriges Niveau stabilisierte. Doch das war nicht der einzige Einsturz, den die Aktie in ihrem mittlerweile fast 30-jährigen Bestehen zu verkraften hatte. Bereits im Jahr 2007 erlebte Starbucks einen Finanzcrash, der Kurs brach um 50 Prozent ein. Howard Schulz, der sich im Jahr 2000 dazu entschied, sich etwas zurückzunehmen, übernahm wieder das Ruder und brachte Starbucks zurück auf die Erfolgsspur. Im Jahr 2018 zog er sich jedoch endgültig aus dem Unternehmen zurück und Kevin R. Johnson übernahm die Leitung als CEO des Unternehmens. Starbucks soweit das Auge reicht Im Jahr 2020 betrieb Starbucks rund 32.000 Filialen in über 75 Ländern der Welt und gehört zu den größten Röstern und Anbietern von Kaffeespezialitäten weltweit. Fast 20.000 der 32.000 Filialen und damit 61 Prozent befinden sich in den USA und China. Laut CNBC stammen in den USA rund zwei Drittel aller in Kaffees verkauften Kaffeegetränke aus dem Hause Starbucks. Seit 2003 bietet Starbucks in den Filialen Speisen wie Muffins, Kuchen oder Donuts an. Redaktionfinanzen.net Freitapatite die Losit banget unit basement wie sch Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Load Error Howard Schultz is a revolutionary of the business model. About two-thirds of all coffee drinks sold in U.S. cafes come from Starbucks. Starbucks' development, which has been going on for more than 45 years, is closely linked to the name Howard Schultz, who recognized the potential of espresso-based drinks such as cappuccino or latte mafiato in the U.S. Coffee Beans Instead of Coffee Drinks When, in the early 1970s, three college friends Jerry Baldwin, Gordon Boker, and Zev Siegel founded Starbucks in Seattle and entered the coffee business, the coffee culture in the U.S. looked a little different than it does today, according to CNBC. Outside of home, therefore, hardly any coffee was drunk. Self-service cafes as we know them today were little to no representation. Nor was there a real demand for espresso-based drinks. Cappuccino or latte mafiato were not known terms to most people in the United States. Starbucks' mission at first was not to make a big social shift here. Starbucks' focus at the time was to sell high-quality coffee beans to consumers who were otherwise used to only instant or canned coffee. In 1971, only roasted coffee beans were sold at the first Starbucks store. Within the first ten years, a total of five Starbucks stores were opened in Seattle. However, there has been no trace of fresh, hot-brewed coffee or cappuccino. But the future direction and philosophy of the company changed with a serious personnel decision in 1982, which paved the way for today's success story. Howard Schultz turns coffee Starbucks into cafe Starbucks In 1982, Howard Schultz joined Starbucks as head of marketing. When he was sent to Milan for an international household goods fair in 1983, he came up with an idea that completely turned Starbucks' previous business model on its head. He was very impressed by the coffee culture in Italy and wanted to implement the same thing at Starbucks. Instead of coffee beans, freshly-brewed latte squists and cappuccinos should now go over-the-counter drinks that were still completely unknown in the USA. Baldwin and Boker-Siegel left the company in 1980 were not convinced. They insisted on their previous business model, Starbucks should not become a cafe. But Schultz was too fond of his business idea and left Starbucks in 1985 to start his own cafe chain, Illinois Journal, which became a complete success. His chain's cafes quickly arrived in many cities. He didn't hesitate long when Baldwin and Boker decided to sell Starbucks in March 1987 and took over the company and its 17 locations. From then on, he led all activities under the Starbucks brand, realigning the business model, and, in addition to fresh, hot-brewed coffee specialties, still offered the company's own coffee beans and any coffee equipment for sale in the stores. As a report by Business Insider reveals, After the opening of the first Starbucks store in New York, the New York Times had to explain to its readers what a latte is and how it is pronounced. The Marketing Machine Starbucks The American history professor Bryant Simon describes the marketing concept to Arte as follows, Starbucks has explicitly targeted a wealthy clientele from the very beginning mostly white and wealthy. Once you're convinced, others follow. Soon the main clientele did not consist of the real rich, but of those who wanted to be part of it. With the Starbucks mug, they were able to show, I can afford this too. Starbucks not only sells coffee for a relatively high price in the distinctive Starbucks cups, but also provides a form of social recognition. In addition, Starbucks' marketing strategy is primarily about the customer's personal connection to the brand. Number 26, Your Drink is Ready Such announcements should be avoided. The customer should feel personally addressed. That's why Starbucks says, Luke, your drink is ready. Get it. Bryant told Simon at Arte. The guiding principle of the Starbucks philosophy, set out by Howard Schultz, underlines that people should be put first, Starbucks is not in the coffee business and serves people. Starbucks is in the human business and serves coffee. According to Gastronext, the brand core should always remain the same, good coffee and a place to relax. IPO 1992 The concept worked, the number of Starbucks stores grew rapidly in the following years. Year after year, a large number of new stores were added to the existing store network. On June 26, 1992, the company went public at a cost price of 17 US dollars per share. At that time, Starbucks still had 165 stores. As early as 1999, the 2000 mark was exceeded in the stores. The ever-expanding branch network and rapid expansion also had a positive impact on the growth of the share price at that time. To date, a total of six share splits, always at a 1,2 ratio, have been made to keep Starbucks shares visually favorable. However, in the wake of the COVID-19 pandemic and the associated lockdown in March 2020, Starbucks share price temporarily collapsed. Many Starbucks stores had to remain closed and were only gradually able to reopen, and the share price stabilized at previous levels over the following months. But this wasn't the only slump the stock has endured in its nearly 30-year existence. Back in 2007, Starbucks experienced a financial crash its share price slumped 50%. Howard Schultz, who decided to take back a bid in 2000, took the helm again and put Starbucks back on the track of success. In 2018, however, he retired from the company for good and Kevin R. Johnson took over as CEO of the company. Starbucks as far as the eye can see In 2020, Starbucks operated about 32,000 stores in more than 75 countries around the world and is one of the largest roasters and suppliers of coffee specialties worldwide. Nearly 20,000 of the 32,000 stores, or 61%, are located in the US and China. According to CNBC, about two-thirds of all coffee drinks sold in cafes in the US come from Starbucks. Since 2003, Starbucks has been offering stores such as muffins, cakes and donutsfinanzan.net. So, I'm going to explain to you, because you're going to be here to build an office. I'm going to find you to build an office. Thank you. Thank you. Vielen Dank.